okay ich hoffe wir kommen auch noch zum wellenkampf wenn wir da jetzt voll bock darauf einfach mich so das wäre voll nice abzuballern sicherheitskräfte werden geschickt ach die müssen wir alle im leben lassen okay okay und die menschen müssen wir töten ja gut nur ein KI am leben lassen ist immer eine Sache schauen wir schon ja gut die stalker sind jetzt nicht so gut aber die können die können die können nicht so ich glaube die sind auch mehr dazu gedacht nur die Totti rauslaufen naja ich bin kein schwein mit meinem Psycho das ist ein bisschen aber die sind raus perfekt sie können nicht ein bisschen austoben wir kümmern uns um den Rest ah geil dann ist das schon geschafft nice ja und vom überleben na siehst du geht doch schon mal gut oh Gott dann bei den restlichen beiden werden wir aber auch irgendwie ich nehme mir glaube eine Pistole damit bin ich recht präzise das ist ganz gut ja mein ist auch nicht meine meine ist ein bisschen so ding äh hier wässern style mhm äh was was dahin okay ja 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 ich fress deine kehle oh oh ich fress deine kehle oh ich schick dir so eine Schock Schockdinger zu mir hoch äh äh egal kommst du zurecht nun? okay nice du bist so f*** ähm ich wiederhole die Frage nö ich glaube jetzt nicht mehr also was war denn das warte ich komm ne jetzt bin ich auf jetzt also tschüss okay das Nippel der Schlacht ich hab' den Schlacht gestopfen ich hab' den Schlacht gestopfen äh äh ey ich bin wieder tot Junge was ist denn hier? ja ich hab' ich aber auch gleich ich kann grad nur laufen oh der haut doch mal ab ist das ein Fall geht weg so ah jetzt hab' ich den übels mitgenommen alter was ist denn das eine ja mein Jesus bitte was ist das für ein Müll okay den Badis hab' ich aber getötet oh das ist noch einer oder ist noch einer? alter eine Stimme als ein Respawn kein Respawn hat er nicht ganz unrecht ich hab' mich von diesen Schockdingern nicht treffen lassen sonst ist mein Schild direkt wieder im Arsch ja ich bin zu langsam ja wahrscheinlich ich bin hier geblieben zum Glück übertreibt Braulins nie mit seinen Gegnern das ist sehr gut also dieser Schocksgag ist halt komplett overpowered hier war aber letztes Mal auch schon so stark so als hab' ich den zweiten auch noch getötet das ist hoffentlich Ruhr meine Fresse Bruder übertreibt doch nicht so Gesundheit abholen hier erstmal kotzt mich die einwesen am Magen-Darm-Grippe da voll und jetzt schockt mich ja der widerliche Hund alright oh Welpen schlagen juhu ich finde eine tiefe dunkle Werbe das ist nicht wieder falsch ja die haben es aber verdient hier ist ein Klassen-Mod für dich mit mehr nachkommen schauen ich weiß nicht ob deine vielleicht besser ist aber ja ich bin äh ich bin was ist nicht oh oh den hier Gesundheit Regeneration plus 70,7 oder 70,4 da bin ich jetzt oh oh da seh ich mich schon da sieht er sich in 10 Jahren oh ich hab' diese Frage immer gehasst wo sind sie in 10 Jahren Junge ich weiß nicht was es morgens zu essen gibt fühl' ich fühl' ich komplett was auch immer richtig albern irgendwann hab' ich angefangen irgendwelche düsteren Geschichten zu schreiben weil ich musste schon ich hab' den Roboter an oa oh ein Krippler ist Roboter wie süß ähm au ich beißen oh aus allen Richtungen bist du ja angegriffen hat nervt langsam echt ein bisschen so schnauze jetzt küsst küsst ja ja was denn hier ja bitte alter ja ja ey stalker ich hab' ich hab' das ich hab' jetzt mal du dumme Kuh oh Gott ich wollte auch meine Fähigkeit gar nicht anmachen ich wollte eigentlich die Taschenlampen machen und das erlaubt Das geht bei dem Spiel ja nicht. Ja, er fällt, ne? Ähm, ja. Ach, bitte, ja, bitte, ja. Come on, Alter, leckt mich jetzt. Erpisst euch. Wasser euch Viecher. Ja, fühl ich. Oh, Gott. Nice level up. Hey, ich fühl mich ja wie so ne Schuhe, Alter. Wenn mal einer schlägt zu, dann ist er weg. Ja, fühl ich. Na komm, du Kruppel. Mal weg, damit du. So. Jetzt kann ich nicht mal den neuen Slipper ausrüsten. Let's go. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Keine Gewährleistung. Belaste dich dein vieles Geld. Keine Gewährleistung. Ja, ist ja gut. Ah, wir haben die Sekte, die Sekundäre, äh, auf Zielgleich geschafft. Hm. Ich hab schon wieder so viel Geld, Alter. Ihr hätt doch gerade erst alles in den scheiß Automaten gepumpt. Das gibt's doch gar nicht. Geil. Jackie Boy. Unser ehemaliger Arbeitgeber. In der Tat. Äh. Äh, hier. Ne, das ist hier. Das ist doch total lächerlich. Sie wissen doch, dass wir... Oh, Iridium. Was? Ach so. Iridium. Ja. Sollte ich aufmachen? Ah, okay. Ja, ja. Let's go. Hallöchen. Ihr seid frei. Sicherheitskräfte werden geschickt. Macht sie fertig. Hallo. Komm. Komm. Eine Bluttaufe. Eine Bluttaufe. Ah, wie geil. Oh, das ging schnell. Oh, ho, ho, ho. Dann bist du doch genug überlebt zu haben für die Quest. Nein, nur eine. Oh, ernsthaft. Ach doch. Perfekt, okay, sehr gut. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir alle drei überlebt. Dann bist du auch noch nicht. Das muss doch passen. Wie macht das Box, sich hier durchzukämpfen, die ganzen Viecher freizulassen? Das ist, das ist so, das ist ein Style von Rache, den ich fühle. Damit kann ich arbeiten. Ja, oh. Oh. Guten Morgen. Ich bin gesellschaft. Ich bin gescheitert. Ja, du bist gegastet, das schon. Übertreib mich aber gar nicht. produit. Und hatte ich keine Korn sagen zu machen, denn ich habe meinen Aussage nicht geblieben. Ich weiß nicht. Der � pantalla stand auch nicht wieder die, die ich habe gemerkt. Wie viel General? scheißen zu der range ab dem motor weg roboter ist durch ein erfahrungspunkt diese level 19 jährlich kann halt wenn man zehn gebraucht wieder sind fetter englisch und fette fette bei der slow daraus tor sowie letztes mal ich habe ich habe ich sehe da auch nicht um die notwendigkeit aber ich habe so das gefühl dass das passieren wird ja auch ist bei der stalker bei mir heilige scheiße au ja okay der war nicht so krass das tor geht auf und da ist ein super bär das lauter ach du scheiße das war auch ein kürt es rastet wieder aus das gelbe auge jetzt ist wieder rot ich glaube ich habe gerade die eine die eine piste runter geschossen das ist gut dass ich eine kanone wobei doch auf die auf diese waffen kann man ausschließen die machen auch kurz aber jetzt hat er ja keine mehr was macht er jetzt hier fehlt irgendwie weiß der roboter also kann das sein der schießt mit dem blitz geschossen ja der blöde gun loader da warte mal nachladen ja nix mit sanitäter und die anderen zwei rufen jetzt was das das hat er mich getroffen jetzt blöde ist du kannst die eins und zwei gar nicht holen weil du keine arme mehr hast so erledigt da liegt die rhythm sehr gut ja das stimmt allerdings keine arme kein notdienst machst du nix hier liegt eine blaue smg kannst du die gebrauchen ja ich auf jeden Fall stärker danke du äh mal gucken mal gucken oh oh auch schon wieder bei der schox das geht ich mag die ich mag die ich rechts in der in dem gehege radium hörst du jetzt auf ob sie und auch ein schocksgag an denen ich noch mal danke einmal schock danke einmal für das gereicht jetzt für mich einmal so üblich geschockt hat ja ja würde ich auch sagen ja ich wusste es hey störe mich nicht oh lol ich hab ihm haha ich hab ihm vollen crit gedrückt das war über 4000 schaden oh gott ah da hinten soll ich sehen die miese cut ich bin nochmal weg ey oh ich hab mich voll getroffen das war ich eben voll am start mal da kommt ein äh samurai 2 ich hab ihn mit dem crit umgebracht 4000 schaden sehr gut und der hat eine smg ja kannst du nehmen ich hab auf jeden fall eine bessere okay oh ich hab ihm voll die birne weggerotzt alter hu 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 der spieler morgen noch haha ich glaub der spiel so schnell gar nichts mehr ich sag mir mal ein bisschen munition hier ein was soll das jetzt hier frisst das frisst das frisst das frisst das schenk ja gut also korrosionsgek so heißt er achso das ist korrosion was du ja nie willst scheiße ich hab den locker 9000 schadenrad rücken können wenn ich getroffen hätte verdammt verdammt ich geh rein komm her ich hab den crit kassiert nice sehr gut keine lust zu ziehen das sind so eine riesige sorg kurz einfach explodiert gut naja dann müssen wir jetzt so hin so lang oder wie ja ja wir müssen hier rein dann sind schon irgendwelche komische viecher oh oh holy shit ich hab den gewonnen schottet 6000 schaden nice alter das war ja abgefahren ne das ist noch einer ich glaube wir beide müssen erstmal sniper spielen ja auf jeden oder unten ist irgendein kleiner bastard der kommt näher glück gehabt nicht schlagen da kommen wir nicht ja ich dir gesagt was habe ich dir gesagt aber man kommt hier rum gar nicht weiter wa ich glaube wir hätten doch einen anderen weg gehen müssen oh nice danke ja 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 da was ist wo ja 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 okay müssen die treppen die treppen hoch Ich kann jetzt nicht weiß es nicht keine ahnung keine ahnung Ja sieht so aus ab doch wir waren hier doch wer das feuer skag Feuer schocks geld gibt doch mal weniger Jawohl was macht er mit schaden deinem angriff Oh das war ein crit Gutes Gesicht Oh ja hab ihn lol mitten im lauf in den kopf geschossen Ja kotzt mich voll ich mach das Ach du also wie gesagt kein kingshaming hier ne jeder wie er mag Aufputscher Ach stimmt ich hab den skill punkt Ach stimmt ich auch er bin nicht eingesandt stimmt ich hab sogar nach Ich hab sogar nachher geguckt was ich skillen möchte aber hab mich drauf verrückt Wrecks ich werde immer gestört hier Das ist ja Das Das work down Auch hier sind spocker hier auch die die er hat doch nicht rum jetzt hier Hör auf zu kotzen Ja wahrscheinlich kann er sich so hin und her bewegen natürlich Oh Gott das ist wieder irgendwas Feuersgag Schwierend wäre das ja wir hatten den doch gerade schon Äh 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 Ja rennen wir doch in der Herde umwichtig Ich hab keine Granaten ne ich hab grad ein kleines Problem Ich hab grad ein kleines Problem Unsterblich ich bin wie Gott Das heißt ich gibt's gar nicht Genau mein Beileut Ja Würdest du mir eher leid tun Würdest du mit dich mir also einbilden Das wär witzig Das wär ich deine Einbildung Das weiß ich nicht Das ist natürlich auch Ja das ist ein guter Punkt Das stimmt Oh better slacks gag Oh mein Gott ich hab den Zwei Headshots aneinander gedrückt Weg die Sau Jungen das sind aber auch viele gerade Ja das stimmt Das waren echt einige Komm mal mit Aber geh Witz Boah Entschuldigung Du musst ja hier mal rein Nein Ja genau Zweite Lied Übernehmen Öffne deine Arme So der lebt noch Öffne deine Arme So und auch immer deine Kettensäge in die Fresse will Nein Schönerste Sternkonten Hä was bist du denn du kleiner Hurensohn Hä was ist das für einer Das ist so wir schon scheiß Zwergenwechsel hat der mir aufgetaucht Oh Gott ne 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 Was denken die denn Oh ich hab den Quid gedrückt Nice Oh die Pistole alter guck dir dann Oh ok willst du die haben du hast den glaube ich eher zur Strecke gebracht als ich Und kannst du ihn auch gerne nehmen wenn du willst Na ich versuch's immer Nimm doch nimm kann schon gerne arbeiten Gucken was ich kann Wenn sie schreie aus dem Volkern auf unternehmen Hören sie weg Wir können aus sich hören Ich sag mal noch ein bisschen Moni ein Stimmt ich wollte mich ausgillen Äh nimmst du Schaden von einem Gegner wenn dein Schild unten ist wird ein Packen Salz in die Wunde hinzugefügt Ja das möchte ich gerne Ich möchte gerne nehmen und Menschen Salz in die Wunde streuen Ja fühl ich Und ich war jetzt genau so wie ich jetzt sage Nicht wieder vor uns So dann du wegen keine Bremsleitung auf den aufgeschnittenen Nerv kippst Ist ja alles ok Ah du Ich liebe diesen Film Das ist der Film Einfach nur deswegen Kreaturen befreit Sicherheitskaste werden geschickt Oh moin Oh guten Moin Badass Schiedsrichter Stalkerabrichter Nein Stalkerabrichter nicht Schiedsrichter Stalkerabrichter Oh lol mit der Pistole mach ich die ja komplett rund Das sind alles bad ass Das ist heilige Scheiße Jupp Hier hat man Ok aber die haben keine Chance Die Pistole macht die komplett weg Boah ist die gut alter Ich gab die gerade zusammen Kreat gemacht Du hast die Dreckssäcke gekillt Das reicht Fürs Erste Komm zurück Das war eigentlich ne ganz spaßige Quest muss ich sagen Irgendwelche Viecher auch wehrlose Leute zu hetzen Da sehe ich mich grundsätzlich eigentlich immer Das stimmt Da sehe ich mich eigentlich Das ist auch ganz geil Gut Die war aber Die war echt ausführlich Na ok eigentlich nicht Eigentlich war das ja nur die ganzen Gegner Die ganze Zeit Und das ging das ja sogar Ja gut das stimmt auch Eigentlich Ähm Warten noch mitnehmen Doktor Z Ja Die Fütterungszeiten sind täglich mittags Oder wenn ein Zuwärter in ein Gehege fällt Ach ja Ich werde einfach zum Macho mein alter Let's go Was ist denn Du hast den Punkt wieder rauszukommen Ähm Ach komm her du stinkstichel Ups Entschuldigung Absturz Stinken wir nicht du wär Kollege Hallöchen Aber es scheint es denn ein bisschen weniger mit Nebenquest zu werden ne Nicht mal so ne Masse wie letztes Mal Ja auf jeden Fall Ich glaub es passiert auch nicht so oft Ist da einmal dann so ne richtige Masse und dann war's das Also die Schnellreise Station ist da hinten Ja die Star Quest Ist da falsch gelaufen? Ja ich glaube ja Ich geh nochmal zurück Ich hab auf die Apple geguckt das war vielleicht ein bisschen dumm Ich äh ja Naja macht dann nix Ich hab äh Ich hab äh letztens Tumprider 1 gespielt und hab den Levelausgang gesucht Hm Der Levelausgang war zwei Schritte Ich hätt nur zwei Schritte gehen müssen Oh man Oh man Ich hab zwei Schritte geradeaus und den hab ich gefunden Ich hab jeden Schüssel gefunden Gar kein Problem War zwei Schritte vom Levelausgang Verliere ich die Orientierung ganz klar Ja Ja Das ist irgendwie typisch ja 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 Das ist der Pirus Oh ist auch Money In der Wacheflagge nicht zu Ja mit Ich glaub wir müssen jetzt hier ran und Alter hier würde ich ja nicht arbeiten wollen So kann er wollen wenn man hier hoch geht Kommt man hierher Alter das ist wie so ne Ah hier kommt der Gegner Oh ja das Gegner gespawnt Einer hab ich zerlegt Ja 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 Das ist ein Bullloader Ja Ah come on Let's go baby Der Gun ist down Nice Wow hat er voll gelohnt Wow Hey Ich liebe das Wie viele Lebenspunkte hast du? 1245 Ah ok da hab ich da ein bisschen mehr Dafür hast du mehr Schild Ja gut passt Ich hab 2100 Ja Aber nur knapp 900 Schild dafür Ich kann mein Skill nicht mehr so oft aufladen Aber dafür regenerier ich jetzt ein bisschen wie bei Color of Duty Ja Das ist bald sinnvoller Regeneration hab ich nämlich auch Ich bin damit eigentlich auch ganz zufrieden muss ich sagen Uuu baby Was ich gar nicht Maketwerper willst du den haben? Kann ich Kannst du den auch gerne nehmen Ich hab einen den hab ich noch nicht ausprobiert aber Nimm du den ruhig Mal 1335 x 30 ist mehr Ja ne Äh ja deiner macht mehr dann Ja gut Ja gut Dann nehm ich hin Äh mussten wir hier runter? Warte mal ich muss mal kurz mal auf dem Map schauen Ich glaube ja Ja sieht so aus ne Ja ok dann Abfahrt Ach hier sind wir jetzt Ach da sind wir jetzt wo wir gegen Ja 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 Sohn von Morag Ah ja Ne Mothraak 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 Was ist denn Mothraak alter? Was ist denn Mothraak alter? Was ist denn Mothraak? Weil jesus Maria Ähm hör das ist Mothra Da brauche ich eher was schnelles zu schießen Deinen Vater und deine Mutter will ich nicht kennen denn Mothraak Geht mir nicht Die schnau mal anguck Ne danke Oh ja blick trügt euch Was ihr seht ist nur Täuschung 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 Ja wie geil Ich liebe das ey Oh das hat richtig gesessen Boah ja Ah versuch's doch versuch's doch ich bin zu schnell für dich bitch Ok jetzt ist er noch korridiert Ah du kannst doch nix so lusche alter Hier stirb Loll ist Der ist in der Mauer abgestürzt Der sagt Blöder wixer ey Ok Ich hoffe der hat nichts dabei gehabt Das ist doch ärgerlich Obwohl ein bisschen Ach hier haben wir ein Kissen sind respawn Cool Uuuuuh Ah sind beide nicht so doll Schade Mothraak 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 Naja die ist auch kacke Boah mein Ohr juckt So Die Show füllen nämlich mit Nur für den Fall Ach ganz ehrlich die kann ich eigentlich auch mitnehmen Die bei den Sniper's hier Ach jetzt kommen wir wieder hier raus Ja ok verstehe Und das ergibt Sinn Ich nehme noch ein paar Kisten mit hier Gut Oh ich nehme noch ein paar Kisten Oh fuck Was habe ich denn da losgetreten Hätten sie sonst die Güte aufzuhören auf den Sack zu gehen? Danke Schau Ich nehme noch Ich sehe ich zu Trottel Ja Gebe auf Kamerjäger Eich gebe nicht auf Na wir geben die auf Ne Gib du doch mal auf Gib du doch mal auf ich wollte ihn gerade weg halten schild sagte ja recht hast du so ein löschen auch nicht schon wieder die menschen ich weiß nicht finde irgendwie ein bisschen komisch nervig die viecher das trifft ja immer so schlecht weil die so hin und verworfen immer mein mal ist ja auch hier weil wir als dauergegner ein bisschen ja muss ich auch sagen kommen wir durch rennen die machen ja kommt es auch zu einem gesorgt gibt und sich abbilden auch nur niveauvolle geht in die exporten ich bin und ich war mein gott wie viele sind das denn wenn sich mal ins knie ficken ich habe keinen bock auf die alter einmal hier reisen schluck schnecken ja bitteschön viel spaß okay hier ist ein tier schutz quest gibt was feines kopf die schnauze das ist erst der anfang jeder hyperion drecksack wird verblatt fängt bösen jeder einzelne ich sterbe höchst selten das wäre auch blöd wenn du oft sterben würdest die qual der wahl nagt an meinem gehirnlappen die qual der wahl nagt an meinem gehirnlappen da kann du dir ja auch Waffen, Waffen, Waffen! Sichern und laden! Ich habe einen Arsch voll Geld.